Ja, also die Ampel ist aber weiß. Ich kann da schon lang gehen. Ma'am? Ja, Officer? Kommen Sie schnell rüber. Ach, jetzt ist es rot. Jetzt müssen wir hier stehen bleiben. Ma'am, kommen Sie von der Straße runter. Ja, Sie wollen mich wohl reinlegen. Es ist rot. Darf man nicht gehen bei rot. Ma'am, es ist illegal für einen Police Officer, jemanden zu einem Verbrechen zu verleiten. Also kommen Sie bitte von der Straße runter. Es ist kein Verbrechen. Es ist ein Verbrechen, was Sie jetzt gerade machen. Ja, aber es ist ja rot. Also Sie meinen, wenn ich jetzt bei rot weitergehe, dann ist das erlaubt? Nein, kommen Sie von der Straße runter. Ich gebe jetzt eine polizeiliche Anweisung. Kommen Sie von der Straße runter. Oh ja, gut. Ach ja, sehen Sie? Jetzt ist es auch wieder weiß. Können wir weitergehen. Kommen Sie mit. Ich wollte nur kurz... Kommen Sie, wir sind gleich drüben. Kommen Sie schnell, bevor es wieder rot wird. Ich wollte nur sehen, ob es Ihnen gut geht. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Kommen Sie schnell. Wir haben Sie ja vorhin fast erwischt. Ja, kommen Sie nur jetzt wieder rot. Aber wir gehen weiter, ne? Okay, einen Moment. Sieht ja keiner. Kommen Sie schnell. 105, responding to shots fired. Ach, jetzt rennt er in die andere Richtung. Und schon gibt's einen Unfall. Sehen Sie, darum darf man nicht bei rot über die Straße gehen. Bis zum nächsten Mal. Wow. Also bitte.